Ich kann es nicht sein lassen, wenn ich schon bei der Kiste bin, dann... Ja, natürlich. Natürlich, was denn sonst als Lammblut? Gibt es hier wirklich an jeder Straßenecke? Warum soll ich mich denn für eine Bergziege halten? Was sind das denn für absurde Unterstellungen? Leute, bitte. Ich, äh, ich klettere hier nur. So, nochmal aufs Dach. Jawohl. Okay. So, ich seh mich ja gerade oben. Das wäre doch alles irgendwie prädestiniert für irgendwelche Fragmente. So. Hier lang. So, da oben waren wir eventuell schon. Oh je, die nächste Woche. Ich seh schon. Und wir müssen ja immer noch in die Richtung hier da hinten. Äh, ansonsten seh ich hier nicht so viel. Okay. Ja, die Rüstung müssen wir auch echt reparieren. Uh. Ganz knapp. Sehr schön. Okay. Ich glaub, die Assassinen haben auch alle schon ihre Mission abgeschlossen. Hallo. Erstmal voll abstechen. Hui. Los, nicht runterfallen. Ah ja, wenn wir schon mal hier sind. So. Dann starten wir. Ja, haben sie erfolgreich abgeschlossen. Keiner ist gestorben, das ist schön. So, Assassinen. Uh, der hat schon drei Fähigkeitspunkte. Ups. Aha, schwere Waffen. Dann nehmen wir erstmal. So, Kampf. Das geht nicht. Schwere Waffen, auch wenn sie unhandlich sind. Schwere Waffen zermahlen ihre Gegner mit vernichteten Sch... Mit vernichteten Schliegen. So. Umhang an, aus. Ah. Okay. So, nochmal Rüstung. Wollt ihr das dann irgendwie später aufrüsten? Oder wie funktioniert das? So, machen wir das mal. Zwei Fähigkeitspunkte. Einmal hier, einmal hier. Ich mach das ganz schnell. Ganz locker flockig. Kampf zweimal. Rüstung nochmal. So, perfekt. Und. Gehen hier. So. Ja, das passt, würde ich sagen. Alexandria. Oh je. So, drei Sterne. Äh. Naja, naja, naja. Gibt es irgendwas Schivilgehr? Gibt es. So. Das sieht vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, 150. Das machen wir mal. Bringt auch ein wenig Geld ein. So, genau. Hier auch nochmal. Der gleiche Spaß. Pass. So. Ja, dann. Status offen. Äh. Okay. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Wir können die dadurch annehmen. Ach, die Kosten. Ah. Ah. Okay. Börse. Ah. Okay. Erforderlich. 10 Assassinenkontrolle. Okay. 200 MP Einkommen aus der Stadt. Na gut, dann haben wir die erstmal gestartet. Jetzt verstehe ich das. Okay. Das heißt, die extra hier, die kosten nochmal Geld. Und die können wir einfach so starten. Okay. Ja. Dann würde ich aber trotzdem nochmal. Äh. Jetzt haben wir die anderen natürlich schon angesetzt. Äh. 45%. Das könnte etwas. Knifflig werden. So. Okay. Warum kann ich denn jetzt für. So. Ich gehe nochmal auf Alexandria. Wenn wir da jetzt mal nach unten gehen. Ach. Weil die da die gewissen Waffen brauchen. Okay. Weil sie wahrscheinlich eine Armbrust hat. Und die anderen nicht. Deswegen können wir die anderen nicht dafür einsetzen. Interessant. So. Das kostet auch wieder. Das lassen wir mal. Und. So. Na. Da können wir wieder nur ihn einsetzen. Oh je. Ich glaube. Das würde aber. Ganz schön an Erfahrungspunkten bringen. Wenn wir die alle einsetzen. Das ist ordentlich. Ja. Das machen wir mal. So. Das haben wir wieder alle angesetzt. Schön. Okay. Das ist interessant. Dann. Lassen wir die mal machen. So. Hier rüber. Okay. Das sollten wir auch gleich schon da sein. Ansonsten. Dann. Ja. Sicher nicht viel. Was auch nicht viel sagt. Ich höre immer etwas. Aber ich bin mir nie sicher. Ob das einfach nur Vögel sind. Das kann ich nicht immer ganz zuordnen. So. Hier noch rum. Da wären wir. Hier. Aha. Okay. Okay. Ja. Vieles hier nicht. Hm. Ja. Äh. Ich hänge irgendwie fest. Ja. Soviel dazu. Kann ich da unten eigentlich noch jemanden. gehen. Und der Rolle ist hier. Und ich glaube hier ist auch wieder ein Schatz irgendwo. So. Ab nach oben. Oh ja. Die Wachen. Machen mir Sorgen. Das ist dann direkt hier. Ja. Und wir zeigen sie nicht auf einmal. So. Dann heißt es jetzt ab nach oben. Und zwar hier drüben lang. Äh. Da kommen wir nicht noch weiter nach oben. Aber hier. Ja. Schön. Okay. Und da bin ich mal gespannt. Wie viele uns noch fehlen. So. Ja gut. Hier oben haben wir wahrscheinlich sowieso wieder. Etwas. Oder? Ne. Diesmal sogar nichts. Was. Eine Schande. Ach. Da oben ist was. Natürlich. So. Einmal hier. Ach. Herrje. So. Ein weiteres Fragment. Direkt in der Spitze. Muss man schon manchmal aufpassen. Also. Ich meine wenn ich hier nicht hochgeklettert wäre. Dann hätte ich das ja. Auch nicht gesehen aus der Entfernung. Zumindest nur relativ schwierig. Zu erfassen. So. Synchronisieren. Karte aktualisiert. Ach. Zwei fehlen uns nur noch. Okay. So. Was sind die denn? Also eins ist hier. Ich glaube da kommen wir noch nicht hin. Und. Ein weiteres. Puh. Da müsste ich jetzt mal sehen. Wollen wir denn noch einen weiteren. Ach hier. Ja. Tatsache. Hier drüben. Mitten im Ort noch. Hm. Okay. Aus welchen Gründen auch immer. So. Hier vorne wäre auch noch eine weitere. Seite der Memoiren. So. Die ganzen Banken hier. Ja. Die müsste ich aber auch erst kaufen. Na. Naja. Naja. Was müssen wir mal machen. So. In die Richtung hier. Okay. Ich sehe mich jetzt hier nochmal kurz um. Ob ich aus der. Ups. Position etwas erfassen kann. Auf die Schnelle. Sehe ich hier aber nichts. Leider. Ah ja. Wiener sind hier. So. Monster müssen umgehend entleibt werden. Okay. Dann suchen wir jetzt noch den nächsten auf. Wie gesagt. Ich glaube zum letzten Aussichtspunkt. Da kommen wir noch gar nicht hin. Erst wenn wir die Mission weitermachen. Da ist ja auch noch eine Seite. Ich glaube die halten wir dann wahrscheinlich auch erst später. So. Genau. Noch eine Kiste. So. Schön mitnehmen. Ja. Phosphor ist auch voll. Muss echt mal ein paar Sachen verkaufen. Habe ich zumindest mal weniger Geldsorgen. Wie wir einfach überhaupt gar kein Geld mehr haben. Ist echt schön. So. Hier lang. So. Und zwar hier lang. Okay. Oh je. Ja das geht auch. So. Entschuldigt. Oh je. Ja. Hat keiner gesehen. Das nächste Buch. Dann seh ich mich hier nochmal um. Hier die schöne Säule. Okay. Moment. Was ist hier oben? Gucken wir nochmal nach. Können wir hier wieder ein Buch suchen? So. Ja. Das nächste Buch. Nee da ist nichts. Da unten. Nee hier auch nicht. Da vielleicht. Ja das sieht gut aus. So Buch beschaffen. Kann ich hier. Ja. Da kann ich reinspringen. Da nehmen wir das. Auch mal direkt mit. So. Keine Ahnung wie viele Bücher das sind. Aber. Ich denke das ist schon ganz sinnvoll die dann. Immer mitzunehmen. So von hier aus haben wir auch noch einen Aussichtspunkt. Der vorletzte dann. Und dann. Habe ich die zumindest auch schon fast durch. Aha. Ach da. Ach so. Das ist genau. Es war irgendwie. Fast schon ersichtlich. Also wenn ich ehrlich bin. Ich hatte schon damit gerechnet. Dass ich jetzt runterfalle. Es war sehr unglücklich. Aber. So. Und wir müssen jetzt. Ach du heilige. Wo wurden wir denn abgesetzt? Bööö. Muss mich erstmal orientieren. So. Achso hier. Okay. Wenn ich schon mal hier bin. Gibt es irgendwie noch weitere Bücher. die ich hier mitnehmen kann. Ich glaube zumindest nicht in der Nähe. Dann haben wir noch eins. Da ist noch eins. Ja. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Da lang. Gibt es einen Grund. Ach. Wir wurden auf der anderen Seite abgesetzt. Naja. Wenn meine Tante Funda das sehen könnte. Oh. Die nächste Kiste. Äh. So. Ja. Schwefel ist auch voll. Ich muss die Sachen verkaufen. Es hat keinen Sinn mehr. So. Bürger helfen. Wenn ich ihn sehen würde. Dann gerne. Ist der irgendwie. Oh. Ja. Tatsache. Ist wirklich hier. So. Einmal ihn hier. Einmal ihn hier. Einmal ihn hier. Ja. Komm Freundchen. Oh. Das ging schnell. Ja. Schön. Der. Ja. Schön. Ich wollte ihn hier nochmal beobachten. Ja. Der sieht dezent verrenkt aus. Besonders wie ihm seine. Sein Arm durch die. die Brust. Gestoßen wurde. Sieht zumindest so aus. Ich glaube er liegt nur ungünstig. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt. Schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden. In unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Ach ja. Da haben wir den nächsten. Ist das nicht schön. Und. Jetzt nochmal der Spaß hier oben. Aha. Aha. Ja. 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 Wow. Wird immer heller hier. So. Ruhe. Wahrscheinlich haben wir sowieso wieder den Gegenstand. Ah ne. Hagel. Das ist doch mal. Eine schöne Sache. Muss nicht mal hier. Ich muss da nach drüben. So. Kann ich da jetzt an der Seite einfach lang klettern? Oder. Breche ich mir dann wieder das Genick? Ach. Ich hab so ne Sorge. Ach. Zum Glück. Ja. Komm. Du schaffst es. Jawoll. Das nenn ich mal einen Ausblick. So. 21 von 22. Den letzten werden wir uns dann. Irgendwann mal später holen müssen. Ja. Das versuchen wir jetzt nicht mal erst. Und zwar reisen wir direkt in die Richtung hier. Ja. Das sollten wir machen. Genau. Dann können wir nochmal in die Richtung und das andere Buch holen. Hier ganz drüben wäre auch noch eins. Ich glaube da können wir mal den Tunnel benutzen. Genau. Hier ist noch eine Seite. Dann ist hier eine Seite. Holen wir die erstmal. Da rechts ist auch noch eine. Ja. Müssen wir gucken. Aber. Ich würde dann erstmal hier in die Richtung reisen. Genau. So. Und zwar. Na. Fallschirme haben wir auch keine mehr. Glaube ich. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg. Na. Oder so. Ja. Los geht's. Nächste Seite. Und dann bei Zeiten sollten wir nochmal bei einem Schmied oder bei einer Bank vorbeisehen. Und zwar hier lang. Ja. Die laufen wieder direkt auf mich zu. Ja. Komm. Ihr steht mir alle im Weg herum. So. Na gut. Da sind wir auch schon gleich. So. Hier noch irgendetwas. Hm. Kann hier sonst nichts ausmachen. Ich mach das Kaffee. Aha. Das hört man auch gerne. So. Hier oben. Hm. Ja wow. Das hat jetzt sehr viel gebracht. Da kommen wir. Da oben ist noch ein Fragment. Keine Sorge Leute. Ich werde jetzt auch von Fragmenten schon träumen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ja. So. Okay. Ich muss mich da nur nochmal erkundigen. Wie viele Fragmente wir denn für die ganzen. Desmond Erinnerungen brauchen. Dann würde ich eben. So viele suchen. Dass wir zumindest die. Desmond Erinnerungen alle haben. Jetzt haben wir nämlich schon 29. Also kommen wir da schon mal auf ein Drittel zu. Also mehr als 50 brauchen wir definitiv nicht. Muss mich nur noch erkundigen. Wie viele es denn. Wirklich im Endeffekt sind. Das sieht gut aus. So. Kleiner Sprung. Und die Seite ist jetzt. Oh je. Die ist wahrscheinlich da oben. Ich denke mal schon. So. Ja. Dann mache ich das jetzt einfach und. In den späteren. Spielstunden. Können wir dann einfach die. Obmission machen. Ich weiß das ist jetzt nicht sonderlich spannend hier. Aber das darf ja auch mal sein. Ich finde das eigentlich ganz entspannend hier. Muss ich sagen. Wenn ich nicht gerade von irgendwelchen Gebäuden drunter falle. Und. Auf dem Boden aufschlage. Und dann schrecklich krepiere. So. Ist das wieder ganz oben. Ja. Und zwar. Ja. Das ist ganz oben hier auf der Spitze. Sieh mal einer an. Okay. Die Hälfte von den Seiten haben wir auch schon. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Hier drüben ist nämlich nochmal eine. Und hier ist auch ein Arzt. Dann. Sehen wir mal in die Richtung. Und auch ein Schmied. Ja. So. Kann ich hier runterspringen. Ohne mich zu verletzen. Ich habe echt keine Fallschirmer mehr oder? Ähm. Fallschirme. Ich sehe zumindest gerade keine. Ja. Ist hier dann irgendwo ein Punkt? Ach da hinten. So. Und zwar. Ja. Das geht. Alles klar. Und die Missionen werden auch absolviert. Okay. Oh ja. Hier lang. Die Wachen töten. Aber warum? Und welche Wachen? Reichweite des Bürgers bleiben. Okay. Ich weiß nicht, wo der Bürger war. Tut mir leid. Sonst hätte ich ihm allzu gerne geholfen. So. Hier ein paar Läden. Ach so. Wenn wir schon mal hier sind. Dann können wir uns direkt bedienen. Ah ja. Komponenten. Stinkdrüsensekret. Alles klar. So. Mitgenommen. Wow. Bin schon wieder fast pleite. Ja gut. Dann kann ich mir den Schmied jetzt auch sparen. Hey. Muss ich jetzt mal die Wache einfach machen? So. Die Seite. Die ist wahrscheinlich hier auf der Spitze. Und ich dachte immer mit dem Alter wird man ruhiger. Da unten war nichts. Ja. Dann müssen wir auf die Spitze von dem Gebäude. Wir steigen dem mal aufs Dach. Was für ein Spektakel. Ja. Da sehe ich es schon. So. Oh ja. Da ist schon eine Wache. Die klopfen wir uns mal vor. Na hallo. Ja. Nichtsahnend. So. Die sechste Seite. Okay. Als nächstes. Achso. Wollte ich ja quasi dann. Das Buch hier holen. Genau. Und dann habe ich nochmal hier ein Buch gesehen. Und irgendwo hier ist eine Seite. Da links. Genau. Ansonsten hatte ich jetzt auf die schnelle. Ja klar. Die Seite hier unten. Aber die holen wir uns irgendwann mal später. Ach. Da drüben. Hier rechts ist aber auch nochmal eine. Ja. Okay. Dann sollten wir uns die vielleicht auch noch holen. Okay. Machen wir das mal. So. Reißen wir hier alles ab. Okay. Es tut mir schon ein wenig leid. Er wollte uns doch nur mit uns sprechen. So. Okay. Ich spitze mal wieder die Ohren. Ob ich hier irgendwas höre. Das ist jetzt echt kritisch. Also. Mit dem Geld. So. Hier lang. Hier irgendetwas. Oh. Ich bin direkt in die Wache gelaufen. Natürlich. Beobachte euch. Natürlich. So. Und schon sind wir weg. Ich denke wo da hinten ist die Seite. Oh je. Nein. Natürlich. Hier sehe ich auch nichts. Jetzt. Hey. Das ist doch nicht etwa. Oh doch. Jetzt hier Auditore. Der einzig wahre. So. Und zwar die Seite ist wahrscheinlich da irgendwo. Heilige. Okay. Achso. Ich glaube das ist sogar die. Könnte sogar die Seite sein. Sticht doch relativ hervor. So. Ansonsten. Ja. Sehe ich nichts. Auf die Schnelle zumindest. Äh. Ja. Von hier aus komme ich schlecht nach oben. So. Wenn ich jetzt mal. Hier lang klettere. Eine Güte. So. Nächste Mission war erfolgreich. Na zumindest. Tut sich da im Hintergrund einiges. So. Hier lang. Und. Da. Oben. Genau. Dann ist die. Ach ne. Die ist sogar weiter. Was haben wir denn dann eben gesehen hier. Äh. Aber wahrscheinlich trotzdem das hier. Ja. Das ist eine relativ. Deutlich sichtbare. Lichtsäule. Okay. Müssen wir also hier lang. Oh ja. Noch ne Kiste. Hagel. Und zwar hier. Und zwar hier nach oben. Hier lang. Und dann sehen wir mal. Weiter. Okay. da werden wir auch schon. Da werden wir auch schon. Also hoffentlich. Na. Wir müssen noch ein Stück nach oben. Oder? Ne. Müsste hier sein. Hallo. Hier. Das war dann schon die siebte Seite. Fragmente. Kaum zu übersehen. Okay. Das heißt. Wir gehen jetzt mal zu dem Tunneleingang hier. Und dann hole ich mir nochmal die Bücher. Und dann können wir zu Sophia gehen. So. Fragmente oder dergleichen. Ich weiß auch nicht ob die im. Mit dem Adlerauge hier so hervorgerufen wird. Das sind nur irgendwelche Lampen. Das lässt sich leicht verwechseln. Ja. Und ist wieder eine Lampe. Oder eine Laterne. In dem Fall. Da sind irgendwelche Spuren von Wachen. Hm. Ach da. Aha. Okay. Moment. Da müssen wir nochmal in die Richtung hier gehen. Ach du Heilige. Okay. Wir klettern nochmal hier nach unten. Bevor ich mir wieder alle Knochen breche. So. Und zwar. Ja. Da muss ich mal aufpassen. Ja. Schwefel voll. Okay. Einkommen eingezahlt. Okay. Wir haben einiges auf dem Konto. So. Also irgendetwas ist hier noch. Das habe ich zumindest gesehen. So. Da hinten. Aha. Äh. Okay. Ach du Heilige. Ja. Okay. Damit kann ich jetzt leben. Was ist denn da hinten? Jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt waren wir ja eben. Gucken wir mal nach. Ach herrje. Das wurde hier abgesetzt. Ich glaube wir waren eben hier drauf. Wann dann gehe ich nochmal in die Richtung? Was war denn das? Nö. Muss ich nicht. Immer diese Leute. Ja. 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 Okay. Ich will nochmal in den höheren Punkt gehen. So. Da ist ne Wache. So. Von hier aus sehe ich nichts. Ja. Eine Kiste. Ich will. Hallo. Bitte Kiste. So. Oh. Schön. Ja. Und dann hier nochmal. So. Okay. Wo war denn das jetzt? Ist das auf der anderen Seite? Na komm schon. Ah. Ich glaube. Jetzt verstehe ich das. Der hat uns nur markiert. Ich hatte ja den Brunnen hier markiert. Genau. Und ich glaube das zeigt er dann an oder? Ja. Das zeigt er dann an. Super. Das wusste ich auch nicht. War das schon in den vorherigen Teilen so? Ich würde es jetzt nicht mal ausschließen. Aber mir ist es davor noch nie aufgefallen. Nein. Das ist auch sehr praktisch. Wobei man es ja sowieso auf der Midi-Karte sieht unten, aber. Ich finde das trotzdem gut. So. Hier nochmal. Gucken. Dann nehmen wir kurz den Tunnel. Muss ich aber selbst mal nachsehen. Wohin wir am besten gehen. So. Ich will ja hier nach hinten. Also. Müssen wir hier raus. Okay. So. Achso. Den können wir glaube ich auch nehmen. Ich glaube das nimmt sich nicht viel. Ich nehme jetzt mal den hier auf die Schnelle. Okay. Und zwar will ich. Karte nochmal markieren. Dahin will ich. Mh-hm. Okay. Gucken wir mal. So. Was haben wir denn hier? Okay. Die können wir. Engagieren hier. Ja. Okay. Okay. Vielen Dank.